Ich habe dich befördert zum Gruppenanführer. Ah, nice. Genau, mach mal eine kleine... Warte auf Rollenball vom Gruppenbegleit. Boah, das ist neu. Äh, äh, nein, Schaden. Ja, das ist relativ neu jetzt, dass man anfangs sagt, welche Rolle man spielt. Und wenn du dann im Game bist, kannst du auch tatsächlich nur... Ähm, Charaktere aus deiner Rubrik wählen. Also, wenn ich jetzt Support mache, kann ich nicht plötzlich Reaper wählen. Ach so. Weil ich kenne ja die Schneiderruppe doch ganz anders. Mhm. Das lagen wir mal gespielt. Also, dieses Jahr... Ich glaube, April, glaube ich, habe ich so das letzte Mal gespielt. Da waren, glaube ich, noch die Archives gerade noch am Start. Unterwegs nach Nepal. Oh, das... Ah, die Map kenne ich sogar. So, wo haben wir Reaper? Da ist er. Wählen Sie Ihren Helden. So. Äh, war ich gerade... Äh, wie hast du Ice Cream bekommen? Äh, Coldmirror? Ähm, ich habe es vom Entwickler direkt bekommen. Ja. Sonst wäre es jetzt gestern nicht online gegangen. Oh Gott, das erste Mal ist ein Langen. Ah, da bin ich mal gespannt, ob ich es mit Reaper noch drauf habe. Ich fand, was ja geil ist, was sie ja geändert haben, dass du auch im Sprung die jetzt teleportieren kannst. Das finde ich ganz praktisch. Siehste, das habe ich nicht mitbekommen. Oh Gott, ich höre es auf Deutsch. Ich spiele es bei mir immer auf Englisch. Siehleinweilig geworden. Ich mag Züge. Ich auch. Vor allem die von der Deutschen Bahn, oder? Und thank you for traveling with the Deutsche Bahn. Immer ein Vergnügen. Mhm. Und fällt auch nie aus oder verspätet sich niemals. Ja. Oh, schauen wir doch mal, was wir drauf haben nach einer Pause. Ich bin auch mal gespannt. Das ist das Ende. Ach, die Map. Okay. Schon besser. Da gibt es einen Abgrund. Mhm. Jetzt wird es schnell. Ich musste mal wegpacken. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, shit. Weg, 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 weg. Du lebst noch. Aaah, ich habe, äh, oh Gott, wie hieß der Geilbe mit sehen? Sehr gut. Klingehende Wurfschmeißerbohrstern. Äh, Genji jetzt. Sehr gut. Aah, kannst du mir helfen hinter uns? Sie wollte mich. Dankeschön. Du kannst komplett vergessen, wo du ja wieder die Tasse war, ob wir schnell angriffen. Ah, die war auch... Hau auf! Ja, schön von hinten jetzt. Sehr gut. Sehr gut, gib dir bisschen Limit. Nice! Nice! Ah, läuft doch! Das ist wie das Fahrradfahren, man verliert halt nicht. Und trotz hier und da verlagst, kriegst du eigentlich relativ gut. Wow! Doch gut ist. Genau, ich bin nicht an meinem PC, genau. Weil ich gerade zweimal stand, wo wir keine Fels kämen. Ah! Oh, ich... Stehen sie jetzt an der Base? In der Base vor allem. Wow! Gerade noch so! Boah, der hat uns alle weggefetzt. Grat, konnte ich mich noch teleportieren, ey! Ja! Wie gleich wieder da! Wie viel hab ich eigentlich schon... Ich hab's gar nicht aufgepasst! Okay, das war dumm. Ein dummer Versuch von mir. Los, geht das Spiel! Wuchen wir das nochmal! Schon... mein Ultimate wäre bereit... Da musst du schauen, dass sich einige auf dem Haufen erwischen. Genau! Genau. Das wäre am besten. Easy. Ja, da lohnt sich's. Ja. Nicht sterben. Nein, 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 nein. Respekt. Wir haben noch... Lucio, ist der weg? Äh... Immer nicht sicher. Boah, das ist fast zu easy. Ich glaube, er ist abgehauen. Bitte mal zu jung! Nein! Von hinten kommt Tracer mal wieder. Und Genji ist auch da, wir müssen aufpassen. Äh, Lucio ist bei... sehe ich auch bei mir. Okay. Nicht mehr lange, hoffe ich. Okay, das war's. Das war... das war fast schon too easy. Ja! Und ich hab nicht mal mein Ultimate eingesessen können. Aber so eingerausse bin ich gar nicht. Ja, siehste mal! Ja, siehste mal! So, die zweite Runde machen wir jetzt nochmal genauso. Mhm. Hallo! Oh, Reinhard macht wieder was. Frag mich, ob jetzt die Leute gut waren? Wir. Also ihr. Oder ob das daran liegt, dass man jetzt... seine Klasse vorher wählen muss, dass es jetzt besser... oder gut läuft. Ich denke mal, dass es so wahrscheinlich optimiert ist, wenn man eh bestimmte Klassen durchspielt, dass man sich genau drauf eingespielt hat. Mhm. Ich find das gar nicht so blöd eigentlich. Ist das nicht. Dann... Ja, dann kann jeder spielen, was er will, und... akzeptiert dann vielleicht mal seine Rolle. Mhm. Ah, Teleportieren war zu. Der Ausführung war jetzt... Verbesserungswürdig. Oh, Himmel! Nein! Allright, nanananananananananananananananan... Nein, 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 nein... Jetzt bauern sie uns grad weg. Oh! Wenn jetzt ein Ultimate Cuphead. Boah, ich hätte alle weggeschwibelt. Außer der Rku Reinhard kommt mit seinem Hook. Das ist. Ich hab mich ab und zu Lust. U-oh, and sh-w-lo-l. Für mich gibt es keine Letze mehr. Spür die reißende Kraft! Oh, die sind jetzt gerade auf der Matte ganz anders. Ja. Noch mal Ulti gemacht jetzt, wir können da hinten rumkommen. Kriegst du noch? Ich klicke noch, ich bin gerade mit... oh, oh, halten mit, halten. Sehr gut. Ich geh hinter den Balken. Sehr gut. Der fräst nicht so schnell weg, wenn er das anfängt. Nein! Nicht das Rad, das Rad! Oh nein, nicht das Rad. Aber ich hab fast meine Alchemäler, da komm ich zurück. Versuchen wir das nochmal. Zurück! Haben wir noch alles im Griff? Ja. Noch alles drin. Ah, die war links. Und Trace, oh Trace. Die nervt, ne? Nein, vor allem mit dem ganzen, äh, weg von einmal und dann wieder da, boah. Ja. Ich kann sich halt nie entscheiden. Zwei sind da, okay, dann. Hä? Das sind immer zu wenig auf dem Punkt, dann will ich mal den Ultimate an, ich weiß. Ja. Aber benutze es lieber mal, weil es lädt ja dann eh wieder auf. Ja. 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 Schade. Einen, glaube ich, hab ich gekriegt. Oh! Nein! Nein! Ah! Ah! Ja, mit der Golden Campus hab ich mitbekommen. Ah! 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 Ja, weißt du, eben von der Gegner in Allti aktiviert haben. Fast gedacht. Oh ja, hab's sogar. Hab egal. Nice! Ah! Das war ganz fertig. Okay, irgendwo Junkrat. Und Trace höre ich immer noch, leider. Hey, du überlebst voll lange. Das ist echt gut. also so lange habe ich eigentlich selten überlebt ich glaube einfach weil ich mich gerade einfach viel mehr konzentrieren das ist natürlich hilfreich die kompon da kommt der hiel das ist ja nur noch in hin und her ist das gar nicht oh wir haben schon 99% ich habe gar nicht aufgaben ich habe einfach nichts geschossen ja das ist auch deine aufgabe das rast oder ist raden gg alles war der schöne runde ja auf jeden fall so machen wir jetzt weiter oder mindestens er hat mich erwischt ich würde gern für dich stimmen warte ich kann ich anerkennen nee kann ich nicht anerkennen stimmt weil ich war zu schlecht ich glaube ich kann dann einladen das war es in der lucht ja ok ja rack and ball ist okay alles klar ist er online schon im spiel glaube ja er meint er ist am start ja gut so jetzt müsstest du ihn irgendwie in discord ich glaube du musst ihn frienden damit wir mit ihm reden können oder schon alle noch habe ich da noch nicht kriegt aber ich schicken einfach mal schnell eine er hat mir über ganze gemerkt ich habe nur ein paar lags vielleicht liegt es doch daran weil ich gleichzeitig stream und aufnehmen das ist vielleicht doch ein bisschen mehr impact ach du nimmst gleichzeitig noch auf mal auslastung bei 13 prozent theoretisch kann ich das auch direkt runterladen das macht ja nix kannst du ja ich glaube da gut nicht stream stoppen aufnahme stoppen das leiband einfach auf switch runter und weil wenn es ein bisschen weniger lag wäre besser ja es verwendet genau ich mache das auch oft mit dem runterladen die quali ist eigentlich ganz gut mhm so äh müsste nochmal da sein oder mal kurz klopfen online äh ok dazu noch nicht angenommen aber ich habe zumindest schon mal eine anfrage gesendet halt da war noch mal was wow ich meine mit knapp 180 anfragen dann musst du erstmal durch scrollen live ist hart gut aber er ist zumindest schon mal auch im spiel dann müssen wir nur warten bis er meine anfrage angenommen hat dann äh wie kann ich da leute hinzufügen rechtsklick äh dann steht der freund hinzufügen also ich meine so in den äh voice chat meine ich ach so oben ist ein plus so ein männchen und ein plus ach ja freundin freunde zu direkt nach hinzufügen ok und dann sind sie eh damit sprache dabei ok genau dann sind die gleich gezwungen hier ob sie wollen oder nicht die werden reingeschmissen genau ich kann ja schon mal kurz äh auf den spielen tab ah zwei runden dann ähm belohne gewinne neun spiel in dem modi schnell suche arcade oder angeles ach ok dann kriegst du ja genau du kriegst ja bastions äh lego skin ah ok die neun spieler haben wir eh heute in dem stream mhm so nur warten bis der ähm 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 bis der da ist genau so kurz mal kann ich kurz mal in den chat mal glotzen mhm hi spring springy bunny trap ich setze hier gemütlich im intokon und höre alles mit ca 50 sekunden delay mhm 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 so war bei mir nicht drin ach ich hab vielleicht ich hätte dazu sagen soll discord ja discord ist kompliziert ja ist nicht so einfach wie anderes ja das ist ja für uns alle neuland da muss man sich erstmal rein fuchsen das kennt man einfach nicht mhm So, für einige Leute, die jetzt dazukommen sind, erstmal hi Bumblebee, wir streamen heute ein bisschen Overwatch, haben schon erfolgreiche erste schnell Runde hinter uns, warten nur noch bis einer andere, ah jetzt, ne steht offline, ok, jetzt hab ich gedacht, yay, oh offline, ah ne, der wird ja unsichtbar vielleicht sein. Das gibt's ja heutzutage auch, dass Leute einfach unsichtbar gehen. Gibt's heutzutage auch, dass Leute einfach unsichtbar werden. Ich muss mit dir befreundet sein, um den Gruppenchat zu starten, äh, hä? Machen wir das halt, wenn das Gott es sagt. Ist ready, meint er. Kannst du ihn jetzt nicht, doch jetzt müsste, warte, jetzt kann ich ihn einladen, zack. Ah, nice. Hi, jetzt, oder? Also ich lese hier mal. Hallo, hört man mich? Ah, ja, jetzt. Ja, jetzt, hi. Na, alles fit? Ja, geht, also ich dachte, ähm, am Sonntag wär das Turnier. Ach so. Weil Nadine hat, also ich hatte vor einer Woche geschrieben, äh, dass ich ab, also ich wollte ursprünglich absagen, weil ich nicht wusste, ob ich dann nochmal im Krankenhaus rumlunger. Und dann habe ich abgesagt für Sonntag. Nadine meinte dann, äh, ja, nee, geht, also schau, wie es funktioniert. Und wenn du kannst am Sonntag, dann komm am Sonntag. Und wir haben drei Leute, nicht mehr? Ja. War es ja ein bisschen gewundert, äh, hat mir ein bisschen gewundert, weil es waren ja ein bisschen mehr angekündigt. Mhm, da war noch eine Null dran. Okay, vielleicht pinnen die alle noch. Ja, wir wussten es auch nicht, hier zum Quatschen auf Discord muss man befreundet sein. Das ist alles höchst komplizierte Technologie, hey, so ganz komisch. Ja, wir haben es schon gesagt, Neuland hier. Ja, stimmt, drei sind besser als keiner, juck. Das stimmt. Das stimmt. Und wie, ja, soll ich planen, also was für Modi spielen wir? Spielen wir gegeneinander oder machen wir eine Random Queue? Also wir spielen miteinander, dachten wir. Ja, okay. Weil wir haben vorher angefangen mit Schnellsuche, dass wir, wir können ja ein bisschen Schnellsuche über so ein bisschen in Arcade ein bisschen reinschauen. Aha. Ich brauche nur noch acht Siege, äh, acht Siege oder Matches, dann kriege ich mein Lego Bastion Skin. Dann ist er glücklich. Dann bin ich glücklich, dann, 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 dann habe ich mein Lifetime-Archipend erfüllt. Also wenn er alle Racer sagt, dann würde ich nochmal auf Schnellsuche nochmal gehen. Ja, let's go. Okay. Du kannst sogar den Ton für den Voice-Chat joinen und rausgehen ausmachen. Ja, da bin ich jetzt gerade so faul. Ich gehe mal auf Supporter wieder. Ja, ich mache gleich wieder Schaden. Was machst du mal so, Rage? Was spielst du eher? Nee, das passt ja perfekt. Das ist irgendwie fies. Ihr kriegt alle Bonus-Loop-Boxen und ich in der Mitte. Nein. Das ist gerade gemein, ey. Ich gehe da, wie er es verdient, oder wie ist das? Dafür werde ich Play of the Day. Also ich spiele eine Roadhog. Also ich spiele jeden Tank eigentlich gerne. Und vor allem Roadhog ist auch ein verdammt guter Tank. Ja. Den habe ich auch mal ab und zu gespielt. Reinhard habe ich mal gespielt. Ja, Reinhard ist auch richtig geil. Eine ganz coolische Frage nebenan. Ich bin ein richtiger Discord-Noop. Und ich habe immer, wenn ich Push-To-Talk drücke, ein Brrrr-Brrrr-Brrrr-Brr-Brr-Brr-Brr-Brr-Brr. Ich habe bei mir eigentlich permanent aktiviert. Also das Push-To-Talk ist ab und zu nett, dass ich es dann mal vergesse und ich rede. Und auf einmal merke ich, oh Discord, da ist ja gar nichts. Also es ist so ein Sound, der da sein soll, oder wie? Ja, genau. Also wenn man drückt, dann merkt man ja sofort, okay, man hat gerade die Push-To-Talk-Taste. Ich mache das dü-dü-dü. Ah, okay, das. Ich mache alle Push-To-Talk an, um euch da nicht zu nerven. Also wenn ich das Ding wie ein Video nebenher aufnehme, dann müsst ihr nicht mal ein komplettes Gelaber hören, weil ich bin halt immer recht laut. Das macht nichts. Wirklich? Wenn du Raid heißt, bist du laut? Wir kommen auf den Gedanken. Ich kann jetzt nicht den Finger drauf deuten. Also du kannst ja auf das Rädchen da klicken, neben deinem Namen unten. Und dann musst du irgendwie auf Benachrichtigungen, meine ich. Und dann da vielleicht ein bisschen rumklicken. Das wäre jetzt meine Idee, aber wie gesagt, das ist auch für uns Neuland. Oh, ich brauche doch bei der Schnellsuche aber ein bisschen länger, hey. Mhm. Dabei sind wir ja schon aus jeder Rubrik jemand. Mhm. Naja. Vor allem vorher, was hat das daut? Fünf Sekunden, zack, bumm, war Schnellsuche fertig. Genau. Vielleicht denken sie auch, ah, die drei suchen jetzt was. Wir gehen jetzt alle. Ja, Bruder muss los. Mhm. Ich merke gerade die ganze Zeit, ach, jetzt weiß ich was. Ich habe die ganze Zeit, ach, lol, ich habe die Musik bei mir die ganze Zeit auf Spotify noch an. Lull. Ich, äh, ich habe es komplett verplant. Das war ja eigentlich nur für mein, äh, nur am Anfang. Ich denke mal gerade, irgendwie spielt da ganze Zeit doch Musik. Seit einer halben Stunde. Ich merke es ja zuerst. Nicht nur in deinem Kopf, ja. Nein, nicht nur da. Manchmal ja, aber diesmal sogar auch am PC. Spielt ihr eigentlich auch Matchmaking hier? Aufwand. Ich habe früher ordentlich Matchmaking gespielt. Äh, aber irgendwann, weiß nicht, bin ich in eine Elo-Falle reingetragen. Ah. Ah, okay. Ich habe bis, äh, 2900 gespielt und dann, ja. Das ist ja gut. Was ist das, Diamond? Das, das Diamond ist, glaube ich, 3000. Ich bin mir nicht sicher. Oder 2500. Oder? Okay. Das kann so eine abbreitung, ne? So, schauen wir mal, jetzt probieren wir mal mehr Glück mit McCree nochmal. McCree. Hat jemand, hatte jemand aus, mal die Chance Reaper zu spielen, der hat immer nur ich, ich, ich. Ah, Orisa ist auch nicht schlecht. Oder war, ist schon Orisa? Ja, ist es. Ist auch nicht schlecht. Äh, da, ja. Ich glaube, mit der bin ich auch relativ gut. Schnelles Suche geht schneller als Ranked. Wenn ich Damage in Ranked allein suche, sitze ich da 10 bis 20 Minuten. Ups. Da kannst du ja, kannst du ja essen und bestellen. Bis dahin ist es immer noch nicht geladen. Kannst ja kochen sogar. Ähm. Könnt ihr euch kurz mal eine Zuschauer vorstellen? Das wäre richtig bockhaftig. Hallo, liebe Zuschauer. Ähm. Du zu her. Ich will nicht der Esel sein. Hi, ich bin der German Snake Gaming. Sok es nach NLF, YouTube. Ich bin's, Juli Verso. Hallo. Okay, Ero. So, Cringe-Moment ist vorbei jetzt, ne? Oh ja, seit ich jetzt eine Aufnahme stoppt, ist es schon viel flüssiger. Ich glaube, das sollte ich nicht nochmal machen. Ja. Gebt mein Bestes, euch zu boosten, Leute. Ich glaube, alle sind auf Anfang. Ich glaube, noch nicht. Der Sigma ist da, der Neue. Und wenn mich die Leute richtig aufregen, dann spiele ich Hanzo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nein. Mhm. War das gerade unser Rage oder was? Ich glaube schon. Das hat sich mal danach angehört. Eine Hanzo-Simulation gestartet. Alter, Alter. Hey, ey, wir haben hier oben einen Genji. Der gammelt da oben sich die Eier wund. Komm, 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 komm. Wo ist der? Nee, das ist alles. Der ist von oben. Warte, ich hole ihn hier. Ich hab ihn. Ich muss echt wieder mehr trainieren. Los, Ballein. Kaputt. Wenn ich's überlebe, dann nicht. Ich hätte dich zurückgeholt. Ich hab ihn. Ist er verfügbar? Okay. Screw it. Ich nehm Hanzo. Okay, die kommen. Die kommen mit dieser komischen Schubkarre, die da rumfliegt. Hier, da. Ich hab einen, ich hab einen. ja na ist schön die klatsche noch gleich ist tot so die märze kriegt auch eine dicke hook reingeschmaßt auch so schön reinballern leckerer triple kill gute heilung gerne hier da kommt die hook und da sind aber wo kommen die ich meine ich komme er und er ist oben der so viel hier sehen er ist wieder runter gesprungen muss noch ein bisschen mit lags kämpfen kann sein dass mein aiming grad nicht der yellow von der erg ist ich komme wieder über die schubkarre rüber wie bei mir war ja die ist richtig los jetzt kommt er jetzt kommt man jetzt kommt man muss ich überhaupt die fliegt da rum hat einer und ja okay frage mit repartig erledigt weil ich was ich bin so sorry hier kommt den doktor das war die wiederbelebung da gehst du weg du hast dich so rentiert das hast du wirklich richtig geschafft Achtung es war nur die wiederbelebung nice eliminiert ja bestimmt jetzt wird es echt intensiv also es war gerade richtig intensiv ja jetzt wird es einem warm auch mal da oben genntin oben genntin ja richtig laut okay nice eliminiert ooooh MLG wir sind noch nicht alle da wir sind noch nicht alle da Achtung eigentlich nur mal dein komm mal her von hinten Achtung wir werden gesandwiched nice das war schön es kommt der wieder ich hab Genji und hier geblockt Genji ist tot die war auch die fliegt aus ihm nice weg 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 ja nice wunderschön wohohohoi was ist das für ne Runde ey Alter hier gehts ab ich glaub drei hab ich mit meinem Altback sogar erwischt nicht schweig also zwei waren es definitiv so wo sind die ok vorne sind sie nicht von oben wieder Genji glaub ich zwei sind oben Meteor schlag Achtung Panikattacke und nice kommt Schluss Panikattacke ich merke wieder mit Hansel dass es einfach wieder läuft du musst das Mercy heilt ok die mag ist im finalen angegriffen mit denen dürfen wir uns geschärft so da ist Diva da ist hier kein Alt ok die ist low die ist sehr low die ist sehr low ok jetzt sind wir bei Mercy da jetzt hat man schon kaputt gehen genau gerade ich mir den aah wunderschön da ist Zul ok oh oh da von oben wieder von oben wieder Mercy mit so oder so wir haben es auch geschafft die sind alle down Genji wer hat sie auch über uns die mal treffen würde ja mach sie weg oh ich angle sie mach sie weg oh warte da neben ja der Genji über uns Genji nervt ja der Reaper holt den hoffen sie hat sie ich habe eine Röschen jetzt jetzt machen sie alles jetzt machen sie alles jetzt jetzt ich bin da leider da bist du kritisch das ist kritisch durchhalten sehr kritisch wir sind gleich wieder da alle überhören bitte naa ich komme schon Jesus aah ich habe es echt noch nicht aufgefunden oh nein unfassbar so knapp war das ich komm ich belebe dich wieder hahaha oh ging mir ein Rematch Highlight des Spiels oh der Skin sieht nice aus boah wie knapp war es wir haben es zu 99% gehalten einfach mhm ja ultimate wahrscheinlich einfach nur durch ja aber es war eine nette Runde mega aber wir bekommen kein Rematch oder wie also nicht mal irgendwie angreifen nein durch ist durch äh nicht zu den Emelierung ok damit kann ich leben McCree 0 ja hansu ja hansu 10 oh eine Lootbox komm auf legendary auf legendary nein natürlich nicht ihr macht die immer instant auf leute ich ich spar die immer soll ich kurz warten mit der schnellen suche wegen wir nicht nö weitermachen ja ich hab ja ich hab da immer so ein paar Lootboxen angespart richtig Schwaben Style für schlechte Zeiten beziehen sie Verteidigungsstellung wählen sie ihre Helden klar kann man mal machen mal meine Rootboxen ich bleibe erstmal Mercy dass der Support hält so nochmal kurz in den Chat nochmal hi ich konnte krass ist grad nicht so jetzt kurz aufpassen auf den Chat das war alles grad so intense grad ouch richtig intense ey ich hab sogar ich hab total verschwitzt was für ein Map das eigentlich war der Tod ich glaub unbedingt kenn ich die Map ja die solltest du kennen die ist ähm nicht sooo neu ah ja ja jetzt kenn ich sie wieder angreifer in 30 sekunden erwartet ja Numbani ja ich hab immer Schiss wenn eine Diva zu mir her stürmt auch wenn es freundlich ist ich spiele um zu gewinnen soo weiter gehts leute 5 4 3 2 1 angreifer nähern sie verteidigen sie Zielpunkt A schau tight sonst sind wir am A wenn wir den nicht verteidigen ja dann hat es gegessen ne also ich hoffe wir sind hier alle am Meinung dass wir unseren Audi hier nicht klauen werden ja unser Auto geht dir nicht ja Reinhard was machst du denn hier Reinhard Achtung Rieser Achtung abgabend machste fertig nice sehr gut ah von hinten wir können auch mal ein bisschen Sandwich oh nein deren Mercy hat die gerät 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 sorry Reaper war zu langsam äh ok ah jemand ist auf dem Spot ich bin oben ich bin oben passt 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 da kommt der Reinhard unser Audi mitgelebt direkt vom Audi 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 ist dran der ist schon mal geliest aber komm her ja auf dem きた das war es blöd da ist ne halfpack wo ist sie schon dann schön ruht auf eurem Nacken wo sind sie wo sind sie wo sind sie wo sind sie sind sie wo sind sie Ihr könnt auch nach mir rufen. Ich bin auch Medi-Pack. Oh, die Schlacht mit dem Audi geht weiter. Komm her. Bastion. Bastion. Okay, das war der Bastion. Leute, geht mal nicht so weit vor. Geht mal nicht so weit vor. Macht es vielleicht ab? B. Ja. Genji. Und wir verlieren den Audi. Noch ist er unseres, Leute. Ich glaube, ich gehe doch wieder auf Hanzo. War ich gerade... War ich vorher nicht schlecht. Oh, oh, jetzt wird es gefährlich. Wir haben zwei verloren. Stellung halten. Dürften wir... Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, ich... Wo ist er? Deren Mercy muss down. Hilfe, Genji will ich. Ich sehe sie gerade in der Luft. Ich bin bei Genji. Ich kümmere mich um Genji. Ja, bitte. Ich gebe dir Boost. Mist. Mist. Wer darf denn denn kommen? Wir fokussieren uns wieder auf den Audi. Die holen DIVA weg. DIVA ist gleich down. Ja, nice. Ihr holt die nicht drin. Wir machen Ulti. Hier, holt euch DIVA. Wow, 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 ich bin... Hi! Hi! Sehr gut, macht weiter, macht einfach weiter so, Leute! Komm mit die Mercy! Der! Komm! Mercy ist gleich down! Und den Audi! Oh, Mercy ist um die Ecke! Heilung, 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 ja. Oh nein, Bashen, Bashen! Ich hasse den Sound, wenn ich nicht spiele! Die Hook! On Fire! Alles gut! Wow, von oben, 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 von oben! Alles schöne kommt von oben! Ich ruck die runter, hab sie! Ja toll, jetzt wurde ich... Jetzt hab ich mich grad hoch-delportiert, dass ich sie... Macht sie Platz! Die Bessie ist hinten, pass auf, da auf Bessie beim Bus hinten! Ah, okay, ah, da! Das ist ungut, ich bin tot! Mercy, kannst du mich vielleicht wiederbeleben? Ja, ja! Mal sofort! Wenn er mich lässt! Ja, du bist da! Hinter dir! Hinter mir, wo, 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 wo! Da reinhattest du noch irgendwo! Der Bessie näherzelt! Der Bessie näherzelt! Ich lauf, ich lauf, ich lauf außen rum und kümmelst mir den Bessie. Okay, okay, sehr nice! Schaffst du's? Schaffst du's? Äh... Ja, ich schaff's! Moment! Ich komm dazu! Da ist Genji! Nice! Ich hab den Genji! Ich hab den Genji! Und die Merz ist weg! Nice! So will ich das sehen, Leute! Oh! Nein! Achtung, Reinhardt ist hin! Huh! Reinhardt kommt von der Seite! Ah, ja! Ah, ja, den hab ich... Hier gibt's ein bisschen Ulti auf eure Lacken! Ja, sch... Ja... War guter Erfurt, aber... Blöd wegen Reinhardt schillt, ja! So! Hier die Hook reingeballert! Aufgewürdet! Weg! Ein Bessie find ich gar nicht so nervig! Vor allem nicht, wenn ich ihn spiel! Dann find ich ihn toll! Gut! Äh, vielen Fragen! Das war's! Das war in Ordnung, ja! Ja, genau! Und jetzt kommt er mit seinem Alt mit noch! Viel zu spät, Berunder! Hahaha! Besser spiel das nicht! Chi-chi, Leute! Anfangs sah es nach Niederlage aus und dann auf einmal Womp! Play! Off! The Game! Oh! Dieser... Diese Wampe! Die traumatisiert, hey! Dieser Bauchnabel! Gebt euch! Hey, warum muss ich das Play of the Game? War gar nicht gut! Das kann einfach wieder sein! Aber nice! Bo, 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 zs! Zack, 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 zack! Einer! Einer geht noch! Bitte! Nein! Sagen sie, das sagen sie auf der Wiese auch immer! Hui, zwölf Eliminierungen sogar! ich steige gut gemacht leute noch mal quick play oder jeden können wir machen da können wir also bei arcade habe ich gar nicht totales chaos team deathmatch ach das ist ach da gibt es die klassische schnelle suche da ist es verschwunden da gibt es überraschung sein man kann natürlich auch mal überraschung sein danach auch mal angucken also ich richte mich mal jetzt noch euch einfach mal so hat bei mich eigentlich gut oder bin ich irgendwie übersteuert alles gut also mir sind noch nicht die ohren abgefallen ich mache einfach mal weiter so mal schauen ob ich diesmal mit hans ein bisschen besser noch hinkrieg in welchem land spielt die map eigentlich china korea japan jeder tod bedeutet bevor wir jetzt etwas falsches sagen sagen wir lieber nichts chrissy chat dein einsatz wo spielt die map hat es bestimmt beantworten korea soweit ich weiß war von freulein pote in china hat er geschrieben in china ok gut dann verlasse ich mich mal drauf schnell am ende mein video spott geflamen werden die map spielt geil in china afrika natürlich ist es afrika weiß doch jeder die map kann richtig geil sein wenn man sie gewinnt die map ist ja wieder hoch ouch ouch gegnerisch rotok unser rotok tja weg ist er da ist noch ein mc3 glaub ich war das also bist du nur noch wach wir haben teamripe oder keiner hat den punkt eingenommen so die map kann richtig geil sein wenn man sie gewinnt das ist im prinzip jeder map ich gehe nach oben und huck die von oben ok ja ich kann dann auch hochfliegen rotok ist zur hälfte schon weg gehen wir mal hier eine runde angeln wen angeln wir denn heute da ist immer noch ein schwein rotok schützt euch hinten in der ecke das war jetzt eh schon tot das war fast scharf zu sehen das hier ist ein bisschen quicky aber du bist wieder da wow fliegt auch nur rotok genau wie mein gesicht das ist schlimm ich weiß nicht, wie fühlt ihr beleben laut maße naja ist leider schon weg ich bin zu uns du bist so ich bin zu dir ich bin zu dir die 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 Achso, du bist es. Ich dachte mal, wer fliegt da um mich rum? Wie bin's! So, das war der Mech. Oh! Wir haben eh schon fast 90%. Da kann der Wage auch in der Ecke stehen. Wir haben trotzdem 90. Der Wage hat ein Überleck gerade, Sophie. Könnte ich. Ah, schon wieder das hier? Oh, Reinhard hat mich. Shit. Aber war ja alles easy hier. Läuft. Punktestand. Eins zu null. Wo versteckst du deinen Schatz? Raus mit der Sprache. Sollen wir nur jemanden in die Gruppe holen? Welchen Schatz? Wie ihr wollt. Könnte ich dann nach, ähm, nach der Runde machen? Es gibt kein Recht auf Dummheit. Ah, okay. Verfügbar. Nun. Reaper. Der Tod ist unter euch. Fünf. Vier. Reaper-Beste. Eins. Runde. Der einzige Charakter, bei dem ich auch so Figuren und so hab. Ich weiß nicht. Ich find den einfach vom Design auch richtig cool drauf. Ja, das sieht dann mal gut aus. Wenn wir sagen, so wie das läuft, könnten wir eigentlich spalten wir uns wie die Powerwatch ESL anwenden. Ja, oder? Aber so als Dreierteam auch dann. Hier werden immer zwei Zuschauer dann auf random Leute. Ja. Ich hab das Glück, ich renne natürlich da rein, wo die meisten kommen. Das ist sehr schlau von mir. Aber ich mach euch immer so schlaue Sachen. Ah, äh. Komm mal, Heilung. Ja, das war... Das war... krank. Okay. Ja, 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 ja. Ich lebe doch, ich bin zurückgeflogen. Lol. Ich ging so schön Ripper weg. Hammer. Guck mir leid. Trey drunter gedüst. Ja. Kann er ruhig machen, solange er uns nicht mitnimmt. Okay, wir haben einen Punkt. Nice. Raid hat sich extra geopfert. Heldenhaft. Hm. Ich habe die Gute im Auge. Das könnte jetzt ein Tod sein. Rechts ist ein Bild von Reaper. Achtung. Ich hole ihn mir, ich hole ihn mir. Oh, daneben. Der ist ein Totalbrainer. Das ist ein Tod wahrscheinlich. Nein. Ja, das war... Ich wollte... ...lau sein, ein paar Killen, aber dann... Yes. Das war richtig geil. Das war richtig geil. Team Kill. Oh mein Gott. Okay. ESL-Anmeldung ist raus. Wow. Oh, mein Telefon klingelt. Moment. Der kann nebenher doch telefonieren. Wir gewinnen trotzdem Leute. Wie casual spielst du eigentlich? Telefonierst du daneben und machst einen Kill nach dem anderen? Das ist ja ziemlich casual, hey. Ich habe gerade jemanden angerufen von der ESL und ich habe gerade von Sonnenvertrag bekommen. Oh, wow, wow. Nice. Läuft auf jeden Fall direkt. Wahrscheinlich wegen deinem Livestream. Ich habe gerade jemanden mir zugeschaut. Wow, doch kein Sonnenvertrag. Die waren schon interessiert. Alle. Wow, 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 wow. Der hat gerade so dein Kündigung geschreit. Ich merke auch, ich muss noch viel akassiver spielen. Ich meine, ich spiele ja Reaper. Was ist das für eine Melodie? Wow. Da sind mir ein bisschen zu viele. Ich würde weggehen. Warum geht ihr so weit vor, ja? Bisschen tricky da hinten. Außerdem kommt dann jemand von hinten immer wieder. Das ist ja das Problem. Okay, ich probiere mal jemanden runter zu holen. Da kommt, okay, Reinhardt stürmt rein. Oh Gott! Achtung! Woopala! Wenn Reinhardt weg ist, dann ist... Er hat uns gekillt. Okay. Der Reggie ist auch noch da und der Reggie hat eine schöne Ulti! Ihr müsst jetzt regeln, ihr zwei. Ich bin auf dem Weg. Reaper muss regeln. Ah, ich habe nämlich mal meinen Ulti. Ich habe gedacht, ich hätte 100%. Ich habe nämlich nicht hingeschauen. Ich habe gedacht, ich hätte. Okay. Wir haben ja noch eine Chance. Wir wollten... Ich hoffe, ihr kriegt auch keinen König. Das müssen wir jetzt gewinnen hier. Ja. Jetzt kommt ein Rad von uns. Sehr gut. We take A! We take A! Okay. Ich mache den hier mal raus. Mach mal den Schlitz kaputt. Genau. Genau. So. Und da kommt auch schon ein Glück. Da haben wir den Gehmein. Reinhardt schon. Hey. Oh. Okay, ich mache vielleicht dann welchen riesig. Okay. Jetzt wollte ich meinen Ulti machen, aber das lastiert sich gar nicht. Das. Und noch eine Wiederbelebung. Boah. Die gibst du auch noch oben drauf, du. Ach komm. Nice, Leute. Einfach aus Prinzip nur meine Ulti ausführen. Warum flutscht es so? Voll krass. Ja, ich wäre trotzdem meine Ulti mit dem A gewesen, ja. Echt gut. Highlight des Spiels. Oh. 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 Teamkill. Team wurde ausgedischt. Kann man nichts machen, ne. kurz mal mehr spaß ich dadurch gleich noch mal ein weil ich habe dann noch jemanden dazu alles klar kurz mal die belohnung zwei belohnungen ach so ihr seid ja auch alle noch da okay ja wir sind noch da das ist schön sonst will ich jetzt allein gut anfang einladung ist raus können sie ja schon drei runden nur noch sechs und da habe ich mein bastion ist der krisen ehrenzuschauer von dir kumpel mod alles zusammen ist er hat sehr viele stunden und das ist natürlich grüße dich aber dann ja sein gegrüßt dann wenn die gegner jetzt auch schwieriger oder ja dann müssen wir jetzt doch die ärmel hochkrempel ich habe auch eine lootbox auf ja bitte ja das hört sich nicht noch eine box an ich hoffe dir geht es noch gut ich habe gerade zwei epics bekommen wir können nicht besser gehen ich warte nur bis alle fertig sind wegen der schnelle suche im ready gut also ich mache wie immer schaden ich mache wie immer keinen schaden ich kann nur rock spielen ich kann nur rock spielen abgelehnt aber ich kann sein dass du das ich habe angenommen ich habe tank gemacht komisch und ich habe ich glaube ich auf den blauen button unten gedrückt schäm dich noch eine kündigung ist raus totenstille ja kann auch mal im chat passieren vielleicht sind alle nur gespannt so wie fail oder wie ich wie geskilled ich bin oder wir das sind 20 sekunden delay buch da sage ich immer besser später als nie ich glaube aber ich habe mal ganz kurz mal ein bisschen was machen weil zumindest bei den runden sonst arg leise immer muss ja ab und zu mal so multitasking fähig sein und gleichzeitig auch noch musik hören können uff es wird schwer was der europäer heute alles leisten muss hey muss teilweise zehn sachen auf einmal machen und das dann noch doppelt die gegner werden das nur marginal besser da wir mit drei niedriger gelevelten akons suchen da haben wir zumindest eine chance dann ich bin niedrig wir haben ja für ein level so jetzt gehen wir hier karriere einsehen er hat schon lecker lecker krisi kann ja mal gucken was ihr so habt aber wir schon ewig her okay mein level ist für das was ich schon lange gespielt habe damals damals habe ich sehr oft gesuchtet aber ich war in einem punkt dann ich habe mich einfach ausbauen gefühlt von dem spiel ich weiß nicht ich muss dann einfach mal eine pause einfach einlegen ja ich hatte auch pausen aber irgendwie komme ich immer wieder zurück ja ja ist ja so wenn du oh musik wieder aus wenn du natürlich ein spiel hast was äh was man ja gern zockt oder aber dann doch mal kurz pause machen will und man kommt immer wieder zu dem zurück ja was spielten die dann allgemein für spiel äh ich spiel viel so dark souls titeln uuuh das ist natürlich baughaftig ja da wo man viel ragen könnte ja ich habe auch schon alles durch ja da erinnere ich mich gerne an demon souls das habe ich leider noch nicht das einzige spiel in der art wo ich noch nicht durch habe ist sekiro das habe ich noch auf meinem rechner und das werde ich auch irgendwann anfangen wenn ich genug zeit dafür habe und dann wird das auf jeden fall mal durch gegrindet ja das ist geil kann ich nur empfehlen aber es ist richtig schwer schon durch ja ich muss was noch holen aber es sah mal allein von dem video schon ziemlich geil aus ich meine ich bin das so ein souls like fan ja sekiro ist nochmal so eine schippe obendrauf also da muss man schon die kampfkunst perfektionieren sag ich mal aber es ist eine herausforderung also was ich immer an den an den oh gott bin ich im stimmbruch oder wie was ich gerade richtig geil fand oder allgemein geil finden in solch spiel man hat keinen plan um was die geschichte denn eigentlich steht und man muss die geschichte selber rausfinden und am ende wenn man die interpretiert und rausfindet und sich da mehr reinsteigert dann hat man wirklich eine hammer geile story vielleicht stimmt die vielleicht bildet man die sich nur ein aber so das finale vom dritten teil mit dem addon ja weil mit gale gegen gale gekämpft hat am ende ja boah du hast recht lachen ist zum beispiel auch nicht schlecht das konnte ich halt leider noch nicht richtig spielen weil ich keine ps4 habe ja der ps4 haken das ist glaube ich das erste spiel seit jahren das ich auch mal durch hatte oben auf der brücke ja ich hab schon gesehen hinter uns hinter uns der reaper 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 hinter uns ne ich auch nicht da bin nur ich so den genji hole ich mir jetzt auch mal Achtung reinhardt ja der will nicht der reinhardt der reinhardt der reinhardt komm 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 ich ahne schon wer ein reaper spielt ich ahne schon uuuhhhhhh bitte ich will nicht schon wieder vom friedhof aus du schaffst das du schaffst das nein uuuhhhhhh uuuhhhhhh sehr gut du hast doch geschafft haha ok das war echt ein hammer heilen gerne was haben die ah da da hab ich schon mein schnitz zerbrochen und wer haben wir denn da ja auf ich hab die ulti ready ah ich hab dich einfach hinterm busch gerett ich hab dich einfach hinterm busch gerett ich hab dich über euch hab im busch revived ja ich wusste schon wer war richtig geh mal kurz zu mir ok leute ich hab ne ulti ready wirst du mich mal ok perfekt boost so nein ich wurde betäubt ich auch countert mit der ulti das war ein guter Schock das war richtig gut von deinem vielleicht hab ich ein bisschen mehr Glück jetzt mit McCree ist vielleicht für die Max auch gar nicht schlecht scheiße wir wurden ja grad richtig gefressen ja mit Halt und Halt das ist noch nicht gekommen sogar das von Fußnägel von Fußnägel von Fußnägel ich hab grad einen moniz gefuttert mhm 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 Ich hab dich. Der Reaper flüchtigt. Ich hook den Reaper nochmal. Ich geh mit dir auf die Ja, bis der weg ist. Reaper down, Reaper down. Oh, der Reiner gibt auch noch ne Abschlachtung. Ah, Genji. Genji, der. Oh, ich hasse es. Oh. Nein, nein, nein. Natürlich. Ach, wen haben wir denn da? Sag hallo. Hast du Genji? Wo seid ihr, wo seid ihr? Da oben war einer. Schaut das mit der Fahrtürme gut aus? Da haben sie eine ganz schöne Front hier oben aufgebaut. Oh ja, ich seh's gerade. Egal, machen wir alle weg. Durch die Front. Oh nein, nein. Hilfe, Hilfe. Wir leben noch. Oh boy. Aber ich konnte dich noch heilen. Bei uns läuft. Ach, wie ist das Schild? Ah, Schade. Oh, jetzt können wir zusammen hinlaufen. Oh shit. Super, danke. Okay, was denn das jetzt schon wieder hier? Von den Toten auch. Ah, hinter uns. Die kommen uns gleich hoch. Hinter die? Ja, der Genji. Ja. Und den Reaper seh ich hier auch. Reaper down. Boah, das war Tür 6. Okay, Genji haben wir. Sehr gut, weiter. Mach meine Ulti wäre auch ready. Wir müssen mit den Reinhardt loswerden. Der greift gleich wieder an, ja. Schön von hinten, sehr gut. Oh, 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 oh. Sehr gern. Ich seh grad nichts. So Leute, gleich haben wir was. Ich tankier die von der Seite und schießt die einfach alle runter. So. Genji. Noch einen. Okay, ich hab zwei gekriegt. Von hinten. Von hinten, Reaper kommt von hinten. Ach, Scheiße. Macht was draus. Wir haben uns alle geholt. Oh. Macht was draus. Schade, ja. Ja. Okay, wir haben, wir haben schon genug Zeit. Das packt mir schon. Boah, wie die das alles schon hier aufgezogen haben. Der Reaper kommt zu uns, der Böse. Ich komm von der Seite. Ich hab dich. Achtung, Genji. Mach ihn. Nein. Wir müssen weiter zurück, glaube ich. Also ich geh zurück. Super. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ja. Oh man, das läuft wohl. Ihr lebt doch. Nein. 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 Ich komm schon von oben. Nein. Dann holen wir die komplett weg. Das war's mit denen. Die haben verschissen. Sehr gut. Zack. Zack. Und die Zarya holen wir euch auf. Ja. Und zwar nur eine Buschen, aber okay. Wunderschön. Out. Oh, dieser Genji. Nice, Leute. Ja, der war penetrant. So, der Reinhard. Ich muss mal Schild runter gehauen. Reaper ist oben auf der Brücke. Wow. Klapp. Genji auch. Ich bin eingeschlafen. Mach mal ein Ulti. Oh. 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 Ich bin eingeschlafen. Und jetzt, das klappt gut. Das klappt gut noch. Sie haben mich getötet. Ich wollte dich retzen. Schade. Wahrscheinlich wollte ich dich retzen, hab ich verstanden. Ne, schade. Okay, nochmal ne Ulti schaffe ich jetzt, und der zeigt, ob ich ihn nicht mehr. Okay, ich bin grad heilimmun, okay, geht wieder. Bin schon wieder down, die Anna. Ich hab ne richtig kranke Idee, mal gucken, ob das klappt. Hat geklappt. Hat geklappt, aber ich bin hinterher geflogen. Nice. Okay, Leute, 30 Sekunden. Jetzt müssen wir pushen. Oh, weg, 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 weg! Drei, zwei, geht ran, geht ran, geht ran, geht ran. Bin tot, bin tot. Klappt aber. Klappt aber. Ich hol dich zurück. Boah, gerade ist das. Nice. Nice! Alter, wie geil ist das denn? Genji, der Ehrenhof? Der Ehrenhof. Oh je, oh je. Jetzt fahren sie alle sauber. Achtung, Reapers da oben hinten auf der Burg. Gut. Ah, ich verschwinde. Und Genji. Achtung, Reaper von hinten. Bin gleich wieder da, bin gleich wieder da. Ja, ich, ich kümmere schon Reaper. Sehr gut. Wär echt gut. Ich bin leider down. Gerade, wo ihr sich teleportieren wollt. Ich war richtig krass hängen geblieben. Geht's aber schnell. Bruder muss los. Bruder komm zurück. Reinhard. Ja, du mit dem Blindschiff. Dein Blindschiff. Du bist zurück, Junge. Ich mach das Autistic Overdrive. Jetzt geht's richtig ab. Erstmal schlafend, ey. Das ist kein Autistic Overdrive. Du hast ne Ritalin-Dose, die ich grad bekommen hab. Boah, hier auch. Ja, Dose. Komm. Los jetzt, nein! Oh, komm her, ich sprückel den kaputt. Hucke! Nice, 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 vorstoßen. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Geil. Der Reaper will, stell dir vor mir. Komm her, Reaper. Uah. Uah. Nein! Oh, bitte! Nein! Ich war permanent mit Heal drauf und trotzdem. Okay. Du bist zurück. Jetzt will ich noch was sehen. Hier, ich hab die Varia für euch mitgenommen. So, hinten ist der Genji, der... Genji nervt wieder. Wurscht da rum, den hol ich mir jetzt mal mit ner... Super, danke. Ich will eine Rache willkommen. Das schafft man, das schafft man, das schafft man. Hab die Ulti! Ich danke. Und... Und... Hey, kommt schon ein Zentimeter! Und schafft! Yes! Und, wen haben wir denn da? Oh, hoppa! Nice, life! Haha! Sehr geil! Hammer! Was ist das für ein Skin? Sehr gut, Leute! War noch mal knapp am Ende. Mhm. Aber wir haben es irgendwie so... Wir haben immer so knappe Runden. Mhm. Wir wollen es halt spannend machen. Mhm. Ein Geniestreich. Bin... Ach, schwarze Katze. Ach, das war der Skin von Diva. Kurz mal... Das... So, kann ich kurz mal... Body file wieder kurz... Äh... Da ist der 3, 4... Äh... Ein paar noch. Äh... Schnellrunde. Okay. Gerade sage ich es. Ja. Let's go! Gleich wieder Reaper! Ja, Spotify is back! Ja, unser... Unser Mix hat ja gut gepasst, so irgendwie. Mhm. Chris, willst du mich triggern mit McCree? Willst du mich triggern? Ihr seid doch ein süßes Paar. Der Tod ist unter euch. Es ist so gemütlich auf meiner Couch. Ja, das glaub ich. Ich hab' hier alles beigebracht. Ich hock' auf diesen unglaublich bequemen... Die X-Racer-Stuhl. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Also, ich will ein 4K High Noon machen. Viel Spaß! Mach das mal, bitte. Mö! Wie kommt's... V-W태... Uh... codeراquen Sollen wir gleich mal bei allen Mitgliedern hier. Sollen sie ruhig verprassen am Anfang. Ja, dann später dann hinterher, wenn wir dann einfach mal gewinnen wieder. Mal wieder. Der Standard hier. Der Affe muss weg! Ich hab nichts gegen Affen, aber... Wenn ich treffe... Ah, da, ich seh ihn auch, ich seh ihn. Die kommen an der Seite! Zurück, zurück, zurück! Haben die schon wieder ein Gen... Ach, die haben schon wieder ein Genji. Um Gottes willen. Knippst du noch? Reiner? Ja. Ja. Ja, gehst du mal drauf? Ja, ist doch schön. Ihr seid wirklich gemein, ihr lasst sie nicht mal rauskommen. Wir können's ja versuchen. Ja, okay, und schon... Der Affe! Ja, wir können's ja versuchen, und schon kommt der Affe. Ja. Oh, ich glaub, der hat sein Ultimate, glaub ich, auch an. Ja, ich glaub ich schon. Okay, er geht's auch. Ja, in Wissenschaften. Bewusst? Schock, schau raus, die Affe. Bewusst. Ich könnte ein Arsch sein, und mein Ultimate machen, wenn sie alle grad rausgehen. Aber das wär ja Arsch... äh, Arschzug, wer das... Hehehe. Man muss den Gegner auch ein bisschen mit der Kugel schauen. Eher ein Gorilla. Der Affe! Der Affe! Ich guck da. Achtung! Achtung! Leiste und Verschmack! Treib ab! Stirr! Stirr! Ah, und jetzt sind natürlich die meisten nicht da gewesen. Aber okay, der Ansatz war gut. Ah. At least I tried. Da war ich. Nice. Winston is dauuuun! Ich wär auch Claydown gewesen. Ich denk, der Affe ist hier intensiv. Was? Sellout. Was? Wow, Lerge des Todes. Na, komm. Nein, sie sind vorgedrungen. Komm zurück! Äh, Gemma, hast du dein Ulti-Ready? Na, ich hab's vorher gemacht. Ah! Okay! Egal, ich schraube auf. Ich schraube auf. Puten-Poller! Und jetzt Affen habe ich auch noch am Start. Nice. Ich hab auch Ulti. Ich hab aber Ulti. Alles gut. Ich hab schon eine... Aua, aua, aua! Ich hab keine Ahnung, was mir gerade abgeht. Ich schieße einfach nur noch. Ich wollte... Aua! Weiß nicht, was los ist, aber Hauptsache schon nicht. Ich schieße. Ah, ich brauch Hilfe. Ja, ich bin schon am Start. Bei mir war Haupt von Max von Max. Ich bin von meinem Audi! Und noch einen verprügelt. Wer sagt eigentlich, dass kein BMW ist? Das sollte helfen. Oh, dann Opel. Ich mag Audi Opel. Ich weiß nicht, ich mag Opel. Opel. Ich würde Opel von Oma gefahren. Okay. Ich hab nur Ulti-Ready. Sieht mal. Ich hab Zimmer 70. Wenn ich mich beteil, träge ich meinen Ulti auch noch fertig. Dann warte ich mal auf dich. Weil dann können wir eine Wombo-Combo machen. Und dann mach ich auch noch Ulti. Okay, 82. Genji mal. Genji nervt. Ich glaube, ich muss intervenieren. Ja, bitte. Oh, Genji hat mich. Okay, ich mach die Ulti. Okay. Sag mal. Geh da. Geh da. Geh da. Geh da. Geh da. Okay. Ich hab meinen Ulti. Ihr müsst übernehmen. Ich bin tot. Der Affe hat mich geräuschert. Okay, Genji. Genji. Ja. Okay. Aber ich hab... Der Affe. Ich hab mein Ulti. Ich hab mein Ulti. Der Affe hat einen Fokus. Definitiv. Der Affe hat einen Fokus. Definitiv. Der ist das beste Beispiel, warum man Affen keinen Zucker geben sollte. Beste Affe. Da sind gar viele da auf dich. Das kann doch nicht wahr sein. Er weiß ja wie man spielt, ne? Er hat echt Ahnung, der Affe. Ja, leider. Jetzt sind genau die ohne diesen Bessen. Oh, Down. Aber wir haben ihn weggut. Also dann sollten wir den immer fokusen. malफ być Amn! Ich bin Jane. Mein Gui. Ich bitte rein reinsat! Oh! Nein! Keine gute Idee, keine gute Idee. Heilung. Kids. Ok. Ok. das rad das rad sehr gut ja nur ein ich rechne immer mit meeeer ich hätte mir noch mega ulti ready brauchen wir Heilung das klappt noch einigermaßen haben wir Heilung habt ihr ulti geschmaßt ach wunsch ach wunsch der war ja genau bei mir noch oh bei mir es ist grad echt eine Reizüberflutung ja man nennt das das Overwatch der Affe ist noch hinter uns Genji dreht durch ich wollte grad sagen wo ist er der Affe schläft ich kümmere mich um Genji hab ihn nice ist der Affe weg ja der Affe ist auch weg perfekt der Oppel wird verteidigt so muss das oh bin ich hier bin ich ok verkloppt grad nen Hipster Moment oh Juuuange das hört sich nicht so erfolgreich an ne ist auch nicht erfolgreich überhaupt nicht ich brauche hier Hilfe ich bin auf Weg Autsch 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 okay fügt ne Affenhinrichtung durch ja bitte drum das Rad der Affe will mich das Rad hat in die Luft gesprengt das Rad hat in die Luft gesprengt der ist direkt auf die Hand ich brauch Hilfe Affe ist gleich weg ne wenn das klappt nein der Affe hat in die Luft gesprengt nein der Affe hat in die Luft gesprengt alter oh das war so knapp ja der Affe ist auch momentan ein großes Thema ja er ist das Thema alright random charge ahoy wow wow komm noch einer auf den Deckel hier ein Ulti für dich ja wir können sie zurücktreiben wir schaffen's ich hab mal heute schon mal mehr hinkriegt der SIGS hat vom Bein ja ha ha 10 Sekunden ich kopf grad den Hipser kaputt er ist gleich gewonnen schaffen wir gleich schaffen wir gleich schaffen wir gleich schaffen wir sieht gut aus sieht echt gut aus Leute nein sieht nicht gut aus ich weiß nicht wenn ich gefangen bin oh Hammer wir haben gewonnen oder nein da kammelt noch jemand da kammelt noch jemand da kammelt noch jemand wir haben gewonnen jetzt haben wir gewonnen ja jetzt easy super easy super easy gg 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 auch chrissy gut gespielt haha jetzt hopster der hipster ja 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 der war ordentlich hey ja ok ok wem gebe ich jetzt ein like hm das ist schwierig ok ich bin freundlich hm ich hätte mir ja auch ein like geben können ich hätte den reaper aber auch ne ne wie viele sterne hast du dann nach dem also wenn du dann nochmal die 100 voll hast german äh welche 100 äh man braucht ja 100 level oder damit man das nächste prestige bekommt ich sag mal so ich spiel das erste mal seit einem halben jahr wieder ich habe eigentlich null ahnung ich bin mir auch nicht mehr sicher ich habe ja auch einen stern und du hast ja glaube ich auch einen stern aber ich glaube ab 100 bekommt man noch einen stern ich dachte auch ja chrissy ist unser experte der kann das beantworten ok also alles mit overwatch einfach ihn fragen der der kennt sich aus wetten wir dich jetzt spotify wieder musiker macht dann auf einmal startet das match wo kommen denn die ganzen disco binach ja ich habe den sound doch nicht ausgestellt wenn ich aber gerade dabei bin könnte ich diesen sound auch ausstellen ähm 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 ah prost leute brust brösterchen oh ich habe 69 lootbox ha das ist eine gute zahl hast du Spaß beim aufn- äh beim aufmachen soll ich gerade sagen beim aufnehmen ja beim aufnehmen habe ich keinen spaß ne wieso doch ja aufmachen macht Spaß aber ich mache die immer im bundle auf weiß und deswegen warte ich immer ein bisschen und sammle die und irgendwann sind es ein bisschen arg viele ja ich war ich selber normal wenn ich so zwei drei hintereinander also einem stück dann werde ich mal ein bisschen aufmachen mhm auf das gott gibt es diese streamer funktion dadurch bekommt man keinen ja den streamer modus habe ich deaktiviert ich hält ja ich war sehr schlau ja es gibt einen streamer modus ah hier level 100 anstehen level 100 ah warte bup lieber wie viele rahmen kann man denn bekommen also ich hatte mal einen typen gesehen der hat ja einen gold rahmen mit irgendwelchen sternen aber wo hören die rahmen auf gibt es vielleicht noch ein diamant emerald oder einen black hole rahmen das würde mich interessieren weil das was mich halt immer bockhaft das regt die sucht wunderschön an wenn man dann weiter und weiter für kranton belohnt wird na was los heute ist aber nicht so die schnell suche wir sind ein so krasses team können wir eigentlich mal richtig enrage gehen und eine runde rankage spielen ich habe es noch nie gemacht ja lass machen komm lass machen also rangliste ja ja oh gottes willen also das wird es das erste mal sein dass ich überhaupt oh gottes willen ich muss meine rolle wenden perle tank ist dasselbe level 3000 ach du kacke muss man ja so ein china farmer sein dafür so jetzt die primärin was weiß ich wie viel jahre oder ich das schon spiel dass ich es erstmal rangliste spiel oder war das zweite mal wie finde ich denn eigentlich dein livestream oder wo äh twitch german sagt gaming twitch 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 ah ja hier genau ranked jetzt wird es interessant ganz genau german was was sneaker gaming heftig heftig ne wegen crazy aber ich mein wir sind ja gut naja wenn ich verliere ich das spiel vor mal den rechner schmeißt du einen rechner aus dem pc fenster ja einen rechner aus dem pc raus ja genau das war sehr schlau aus dem fenster nice dann lass uns mal verlieren ist ja nicht mein pc das kommt bestimmt gleich eine böse nachricht in den chat ich hab ich hab's im gefühl da kommt ja irgendwas nein alles gut so dann bin ich ja gespannt ranked ist immer so haa die nein ich nicht lösch dich so hört sich ein pärchen an hallo hola ein foto kramontisch auf jeden fall wo ist gegrüßt wo ist gegrüßt wo dich? ja du musst ja mal zuhören hallo ok sie hat hallo zurückgesagt ja ich hab 20 sekunden wie gleich so immer wenn ich spotify starte dann ging ein match gleich los jetzt starte ich einfach nochmal spotify wette ne in ein paar sekunden startet es uuuhhh die das ist tue einige ja die was oben nie ich bin der Vielen Dank. Vielen Dank. Erklär mal. Läuft bei dir. Du bist irgendwie die Gans, du hasst irgendwie die ganze Nachbarschaft und du ärgerst die Nachbarschaft. Du quakst an die ganze Welt rum oder du Sachen wegklauen von denen und so. Das ist so random. For free oder? Das kostet, glaube ich, 12 Euro, ist Epic Games Store und Switch momentan und Ende nächsten Jahr ist Steam. Aber du musst dir echt mal den Trailer anschauen. Das ist so random, das Spiel. Warum? Mach mal ein Beispiel. Ich stelle mir gerade vor, okay, ich bin eine Ente oder wie auch immer und ich quak die Leute vor und gehe den richtigen auf die Eier. Du hast so diverse Aufgaben, zum Beispiel einen, der den Gärtner aus dem Garten aussperren muss, dann hast du seinen Schlüssel, kannst du mit dem Schnabel wegklauen und den wegtun. Das zum Beispiel oder irgendwie, ich habe schon gesehen, wie er den ganzen BH wegklaut hat. Das ist so seltsam. Ich glaube, die perfekte Beschreibung ist, dass du einfach mal einen Trailer anschaut. Das ist so komisch. Aber ich feiere solche Spiele irgendwie, ich weiß auch nicht. Wow, Rangliste dauert heute aber busy. Ich will ja momentan mehr so in den VR-Bereich gehen. Oh, da gibt es viel Geiles. Da gibt es auch richtig Geile und da hat mir auch ein Spiel vorgestellt, das nennt sich Duck Hunt. Und ich habe darüber nicht viel Ahnung, mir wurde nur gesagt, das Geile an dem Spiel, es gibt viele Enden. Also jede Kleinigkeit, die man da verändert, beeinflusst praktisch das Ende von dem Spiel. Ich glaube, sieben oder neun gibt es da, glaube ich. Weil ich habe es ja so wie durch. Sehr deep, ja. Das ist ja nicht schlecht. Was für ein VR-Headset hast du? Vive. Ah, die Vive. Ja, mittlerweile ist er ein bisschen weg. Ich habe ja auch noch ne Vive. Aber die Sache ist, ich bin ja dann auf die Rift gewechselt. Das Geile ist bei der Rift S. Die hat ja alles, die ganzen Kameras, alles im Headset. Das wird ja alles so getrackt. Du brauchst nämlich keine Sensoren mehr. Und das funktioniert genauso oder besser als mit. Weil ich kann mir das echt nicht, ich kann mir das, also ich habe es auf der Gamescom schon getestet. Aber ich meine, das war okay. Aber als Privatverwendung kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es wirklich ohne Sensoren besser funktioniert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mit Vive, wenn ich mit der Vive-Talk habe und jetzt mit der Rift S, ich merke wirklich keinen, kaum Unterschied. Ab und zu, dass, klar, wenn du natürlich irgendwo hinschaust und die Hand ganz weit weg hast, klar, dann wird das Tracking natürlich nicht mehr erkannt, die Hand. Aber ansonsten, ich habe jetzt kaum Probleme. Ich habe auch mal, ähm, der Beat Saber, da gab es so ein, ich glaube Moonrider irgendwas, da gab es so kostenlose Spiele. Ich habe da keinerlei Probleme gehabt mit dem Tracking, null. Und halt, du hast da keinen Sensor mehr. Das heißt, du kannst, ähm, wenn du dich um 360 Grad drehst, kannst, das Tracking passt einfach bei der Rift S. Okay, und wie, also wie beträgt die Auflösung pro Auge? Kann die mithalten oder ist die schlechter? Äh, oder vielleicht schon. Ich müsste mal kurz weiter, äh, Rift, ich hab, ich weiß gar nicht mehr, was die für Auflösung gleich wieder habt ihr, ich meine, ich hab die. Äh, 2560 mal 1440 mit einer 80, äh, 80 Hertz, äh, Bildrate. Für ein Auge. Das ist ja schon heftig, ja. Für ein Auge, das ist schon brutal, dann. Ah ne, insgesamt, also 1280 mal 1440 pro Auge. Das hat was gefunden. Äh, holly. Also das ist dann praktisch, also, ich hab keine Ahnung, weil das wäre eine 720p auf, oder? Bereiten Sie sich auf jeden Fall. Wie sind unsere Chancen hier? Also pro Auge wär's so. Aber die Sache ist, ähm, Ich find die Qualität, weil, wenn ich so da reinschaue und dann mit der Weife schaue, ich find's also persönlich angenehmer. Von der Rift. Mhm, und du hast halt dann nur noch, du hast nur noch ein Displayport und HDMI, äh, oder? Ne, Displayport und USB-Anschluss. Das war alles. Viel angenehmer. Aber was geil ist, was ich mitkrieg hab, die, äh, Oculus Quest bekommt jetzt einen Oculus Link, das heißt, du kannst mit, von der Quest hast du ja mal schon mal gehört, oder? Ja, ne, also ich hab allgemein von Oculus, hab die, die anfänglichen Produkte getestet, früher kam ja auch, kam ja von den verschiedenen Herstellern so ein Main-Chip raus, das war halt damals halt die Vive und von Oculus, das heißt die Oculus Rift und von, ne, aber von der Oculus Quest habe ich noch nicht viel gehört. Das kann ich ja mal nach der Runde da mal erzählen. Ich glaub, da muss ich mich jetzt richtig konzentrieren. Ja. Wie viel Blasch haben das denn? Jetzt, jetzt höchst Leistung. Machen wir. Na ja, gut. Hier höre ich auf jeden Fall Bock auf die Gun. Oh, oh, oh. Schauen wir, die sind. Ernst, ihr, die wieten keinen Geschmack. Sollte ich mir auch mal zulegen. Äh, was meinst du genau? Was zulegen? Zeit. Er sieht. Ich hab die Mercy. Ich hab die Mercy. Ich hab die Mercy. Ich hab die Mercy. Sehr gut. Ah, der Affe. Bin down. So leicht kann ich mich nicht besiegt. Oh, die kennen keine Knalle. Huiuiui. Das war ja echt Rank mal ganz extrem. Mhm. Mhm. Wow, 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 wow. Gerade noch zu g'sehen. Hier der Affe auf der rechten Seite, wenn wir ihn haben, will wir ihn picken? Achso. wunderschön auf kommt die rennen nach vorne ist gerade den roten kreis gesehen ich komme gleich leute der affe ist hier wieder im nerven, das stimmt wenn der affe mich lädt schon gut, schon gut, schon gebrochen holly lord, gerade kommt man nicht ran leider ich habe die nach und runter gepusht ouch, das war mal klar ok, das schaffen wir ich bin da, mach direkt ulti ich versuche so schnell wie möglich herzukommen, dass ich auch gleich mal meine ulti durchziehe ich hätte natürlich auch erstmal schauen sollen, wo die gegner sind das wäre schon ein vorteil gewesen nice, Winston erledigt sehr gut wenn die wiederbewegung möglich ja, ja der kam direkt vor dich ok, das war zu extrem oh krass da wird mir wieder in die realität geholt punkte stand 0 egal, 0 ist nicht vorbei ich hatte nur Glück das stimmt anfänger Glück ach, wir geben den gegnern gerade einfach nur eine chance, dass wir mal gewinnen dürfen ja 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 nett von uns krass 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 okay okay o hast du schon mal mit dem hole nicht gehört nein o u Keiner Oh-oh-oh. Beweiß machte raus. Durchhalts. Nice. Das ist nicht nice! Au. Geil mich! Das kann nicht sein, der hat mich aus der Ulti rausgeholt. Die haben es richtig drauf. Oh, komm. Ich bin ins Todesloch gelaufen. Wir greifen. Und... Ich wollt grad sagen Tod. Ich wollt sagen Tod, aber noch nicht. Hol die Mercy. Ja, ich hab die Mercy gegen Reapers. Ist klar, ich hab eh kaum mehr. Der Chat mag dich auch, das ist schön. Ui, 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 ui. Nice, gut gemacht Diva. Versuchen wir das. Komm, den Reaper holen wir. Zack, und noch einen Uppercut. Und noch... Das geht schon nicht. Also, ich hab bald meinen Ulti. Ich könnt zumindest mal einen versuchen. Ein Winston! Haul ab. Natürlich, weil der Diva da ist. Okay, ich komm mal von hinten. Doomfitter. Wie viele sind da oben? Wie viele sind da oben? Drei. Drei? Der Aff... hat die O... Uh! Achtung, Leute! Uff! Hey! Das kann noch nicht wahr sein. Sehr gut, weiter so. Der Punkt! Der Punkt! Der Punkt! Du! Das war eindeutig, jetzt irgendwie... Ranked! Eindeutig kann man das nennen, ja. Halt! Uff! Highlighted ja... die haben uns gesnackt vor allem ohne zu schwitzen das war ein durchzug war das ich bin auch lieb gibt ja ein tag würde ja vorschlagen man lernt fehlern und man spielen auf normal schnell such wieder oder ich weiß selber nicht warum das so lang dauert wenn man bringt spielt was ich habe das frühe erinnerung da habe ich vielleicht drei minuten gewartet für eine q aber heute keine ahnung mit der weil das system besser geworden sind die chancengleichheit abzugleichen oder einfach weil es weniger spielen ich weiß es nicht ich hab noch bock auf eine runde ranket okay eine machen wir noch oder auf eine ranket ja ich denke weil wir so unterschiedlich ein gewähnt sind sozusagen die letzten ep hätten die dir auch schenken können ja aber ich krieg dann wieder bald eine loot box so was mache ich mal wieder mein spotify track vielleicht klappt es ja so ich hab da genau noch mal soo da was mir nicht soo passt so die Zeit zu haben jetzt ist es vielleicht auch nicht soo Die Quest ist komplett ohne Kabel, also du kannst da VR komplett kabellos genießen, außer natürlich wenn es am PC ansteckt, aber da hast du nur USB-C Kabel, aber ansonsten alles was im Oculus Store für die Quest gibt, kannst du auch da spielen und dann halt wirklich komplett kabellos. Wie ist denn die Kompatibilität mit Spielen von Valve? Weil manchmal starte ich ein VR-Spiel, zum Beispiel Gorn und da steht drauf, wie möchte ich Gorn spielen? Möchte ich Gorn mit der HTC spielen oder möchte ich Gorn mit der, als Beispiel mit der Oculus spielen? Und wird da jedes VR-Spiel davon unterstützt? Also ich kann dann, nehme mir mal an, ich würde mir die Quest holen. Kann ich dann auch jedes VR-Spiel spielen oder geht das nicht mehr? Okay, also sagen wir mal, genau, wenn du es dann im November als PC-Hetzer nehmen kannst. Also ich habe die Erfahrung gemacht bei Rift S, ich kann mit Oculus jedes Spiel spielen, was auch für die Vive eigentlich gemacht ist. Also ich habe bisher jetzt keine so Probleme gehabt, mit Survive VR-Spiele zu starten. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Wie ich es denn selber gemacht habe? Also die haben ja eine mit HTC in Kooperation und Rift noch mal eine eigene gemacht. Eine komplett neue. Meinst, äh, was hast du? Oder was meinst? Ja, die haben eine eigene gemacht. Guck mal, die haben die ja mit HTC in Kooperation gemacht. Und dann haben die noch mal eine eigene gemacht. Die kommt man auch vor ein paar Monaten schon vorbestellt. Ach, die Index. Wie bitte? Meinst du die Index, oder? Ich mache das alleine, wenn es sein muss. Darf ich mal was mitkriegen? Wie bitte? Die sind ja alle hinterher. Was zu lecker hat? das ist die komplette vergewaltigung das ist der ultra das ist ja ein durchmarsch und wir dachten es wird besser als davor da kann ich jetzt nicht mehr viel ausrichten dann kann ich gleich zurück zu b gehen da kann ich nicht viel ausrichten die macht einen streifzug hey die die ramble und hier dadurch kann ich mal mein volt hier richtig aufladen Ich geh'n da auch nicht fließen! Oh! Da rein hat er, das war'n Fehler. Oh, oh, oh! Ja, loin! E-refer! Perfekt! Ah, oben ist ein Socher! Hol' den, hol' den, du mal von da oben! Ah, der hat die Schild gemacht genau in dem Moment! Wow! Wow! Aber jetzt merke ich meinen Unterschied, das ist Schildsuche und Rank. Das ist eigentlich den Unterschied. Okay, Soldat ult! Ich hab' ihn! Nein! Reapers, glaube ich, passt. Nein, nein. Leute, nice Reaper. Oh! Äh, die zerpflügen ja! Noll, was ist denn da los? Oh! Ich weiß nicht, wie's euch geht, aber ich hab' leichte... Schmerzen in einem bestimmten Bereich... ...der sich unter meinem Rücken befindet. Machen Sie sich bereit zum Angriff! Wählen Sie Ihren Helden! Können wir Ranked danach nicht mehr spielen! Das war aber erstmal so ein bisschen reinschnuppern und dann jetzt... ...danach hat man, glaube ich, genug geschnuppert. Dann wird rausgeschnuppert! Ja, aber erstmal langsam reinschnuppern, aber wieder schnell raus! Genau! Ich hab' noch eine Frage, du meinst ja, du tust vielleicht... ...äh, vielleicht... ...du ähm... ...machst ja vielleicht... ...wieso sag' ich immer vielleicht? Ich bin ja gerade total Brain-Afka. Ich glaub' die Vergewaltigung von eben... ...ist unter euch! Willkommen bei mir! Meinen ist ja, du tust Handyspiele-LP'n. Mhm. Ähm... ...über... ...am Handy direkt, oder kann man die irgendwie am Computer... ...äh... ...kannst direkt am PC, da brauchst du nur... ...äh, brauchst nur Bluestacks. Das ist im Endeffekt ein Android-Emulator. Da kannst du dann die ganzen Spiele auch am PC spielen. Ich hab' dich leider nicht verstanden. Naja, Bluestacks. Das ist abgehackt. Okay, also kann ich mir praktisch vorstellen... ...ich verbinde mein Handy damit... Ähm... ...also das Handy brauchst du bei Bluestacks gar nicht. Ähm... ...auf bei Bluestacks installierst... ...kannst du die ganze mal in deinem Google-Account einladen... ...und dann hast du sozusagen... ...en kompletten Android-Emulator am PC. Kannst du am Google-Player alles runterladen. Ist ziemlich... Ah, okay. Kannst du auch natürlich Tastatur alles... ...dann belegen bei den... ...bei den ganzen Apps. Das finde ich schon praktisch. Wow. Toll. Der Junker wird gerade richtig eingeholt hier. Dankeschön. Diesmal... ...bring ich's zu Ende. Äh... Ja, das... ...sind echt kankend Leute. Der Junker ist doch mit gut. Oh... Ich meine, wenn ich jemals mal so gut wäre, hey... ...huh, gerade noch... ...ja, okay, hab ich wenigstens. Oh, komm da. Oh... Ja. Kurz... Kurz vor Medikit jagt der Meno-1 rein. Oder... ...ja... ...Moyra, glaub ich. Okay, wir haben drei verloren. Wir warten am Review-Crew, ne? Weil ich diesen Junker tot habe. Also wenn ich den die Runde nicht töte... ...ich muss auch die Serie, glaub ich, machen. Yes, komm, komm! Ja! Danke! Danke! Ah! Ja, das... ...must... ...must... Ich bin übrigens nicht mehr Mercy, ne? In Random hat sie genommen. Uh, ja. Nächsten Geld kommen die jetzt? Naja, die sind alle dahinten. Autsch, 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 Autsch! Okay, ich mach das Master sein. Wir gehen hier von oben. Mhm. Da sind wir hier. Und springen jetzt rein. Also alle rein hier. Nein, Leute! Moment, da sind irgendwie... ...verhalten, das sind überall an den Wänden. Oh, scheiße! Ja. Ich versuch grad jetzt schon... Ja, okay, ein... ...ein Turret hab ich direkt. Wir kommen irgendwo für acht Stunden. Okay. Ich bin ready, hab ne Ulti. Auf... Alle rein da, alle rein da! Wir haben Toff ges... Zack, weg! Okay, net. Oh, hinter Platz! Der geht auf! Hup! Auf Platz! Okay. Das ist das Schöne, die Rafeform bei... ... bei Reaper. Dann bist du... ... kannst du da zumindest nicht getroffen werden. Das ist praktisch. ... ausrichten. Ja... ... 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 Schauen wir mal, ob wir uns da was ausrichten. Schöne Sache hier. Sehr schöne Sache. Okay. Versuchen wir den Schild zu... Ah, so schön. Okay, Junkrat. Okay, einen Troll haben wir noch, Leute. One final attempt. Am Schluss kann es nur am besten werden. Und jetzt reißen wir alles rum. Noch 10 Minuten. Oh mein Gott. Ey, wie das grad... Sehen nicht mehr. Oh mein Gott. So, komm, egal, ich geh rein. All in. Okay, das. Wow. 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 Da machst du nix. Team wurde ausgelöscht. Team ausgelöscht. Das war praktisch wie... Das war wie ein Schlachthaus. Wenn man reingeht, wird man ausgelöscht. Ja. Ich bräuchte... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bräuchte nach dir zwei Runden Ranked schon mal so ein... Serotonin-Boost. So eine gleiche schnelle Runde... Auf ne Runde... Auf ne Runde... Schnell sich... Erlebt die wahre Realität. Doppelpilz. Das ist echt pervers, wenn die da einfach da durchmarschiert sind, hey. Ja okay, wenn die da alle sind und alles aufgebaut haben, dann machst du halt nix. Episch. Endlich erkennbar... Plus sieben... Ja... Kann man machen. Äh... Erstmal Match verlassen... Stoffel 670... Mh... Box... Ach komm, machen wir die. Den machen wir ja schnell auf. Dass ich zumindest grad wieder ne kleine Freude hab. Mh... Und Tracy Mode. Okay. Das war's dann heute, oder? Also ich bräuchte auf jeden Fall noch ne Runde schnelle Suche. Also ich bräuchte auf jeden Fall noch ne Runde schnelle Suche. Äh... Normales? Ja. Also... Damit wir mit was Gutem rausgehen. Ja, genau. Also praktisch, dass wir noch, äh, als Abschluss noch ne kleine Schnellrunde machen. Ja. Machen wir. Ich will auch ein Erfolgserlebnis noch mal haben. Mhm. Besser so. Ich schreib doch nicht laut. Du doch nicht. Achso. Hinterhalte mich mit deinem Chat. Achso, ich bezieh mal alles auf mich. Aber es waren... Aber es waren... Wenn man jetzt mal so die Rank-Sachen so... Also... Mal... Mal weg... Rechnet... Waren das echt paar schöne Runden heute. Ja, auf jeden Fall. Ich fand alle cool. Bis auf Ranked. Ja, die... Das ist... Das... Die waren ja... Also am Schluss war Mafuba. Die sind ja nur noch durchmarschiert. Okay, aber... Äh... Wie lange die halt dafür trainiert haben und gespielt haben, aber dass sie so gut sind, wie sie da sind... Das ist... Das krank. Ein bisschen mehr als wir haben die gespielt. Vielleicht so eine Stunde mehr. Mhm. Musik... Äh... Wo ist Musik? Gott, wo ist... Ach, da ist Butterfile. Genau vor mir. Wo ist Butterfile? Sehr schlau. Musik... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, macht ja nichts. Hammer, ich rede und rede und mal gemutet. Ja, wir haben nichts gehört. Was haben wir verpasst? Nee, nicht viel. Ist ja auch mal entspannt. Ach, ich habe auch schon mal, also es klappt mit reden, reden und war nix. Ich habe, glaube ich mal, da habe ich mal in einer Woche, glaube ich, einen Tag mal sieben Videos aufgenommen. Erst danach bemerkt, ich habe mein Mikrofon nicht mit aufgenommen. Bei sieben Videos. Oh, ich war, glaube ich, zwei Stunden mit dem Mikrofon. Das ist zu schwer. Das war damals diesen undankbaren Schnösel aufgenommen. Dann war ich erst mal gemerkt, okay, völlig normal. Ich habe am Nachmittag noch mal zwei, drei Stunden investiert und das gleiche nochmal aufgenommen. Holy shit. Also, das war kein schöner Tag. Ja, das glaube ich dir auch. Ich hatte sowas ähnliches auch schon mal und ich mit sieben Videos. Aber bei mir passiert immer irgendeine Kacke, wenn ich von meinem Computer hocke, nehme ein richtig gutes Video auf und ich bin total zufrieden. Und am Ende merke ich, okay, irgendwas stimmt mal wieder nicht. Irgendwann wird der Sound nicht aufgenommen, auf einmal ist die Datei beschädigt. Aber immer genau, wenn ich dieses Gefühl habe, okay, das wird ein richtig leckendes Video. Lecker. Hier ist halt einfach eh, ich bin, ich nehme mir Shadow. Play ist ja von NVIDIA und das wird automatisch geupdatet, wenn ihr auch eure Grafikkartentreiber aktualisiert. Und da habe ich das auch gemacht und habe einmal die Stellung wieder weggemacht. Das war ein anderes Mikrofon, welches ich mich gar nicht verwende. Panikaktion hoch. Naja, im Endeffekt habe ich mein Mikrofon nicht aufgenommen. In der richtigen, gute Aufnahme. Und vor allem, da war ich meine auch mega frustrierend. Und war dann auch gut, oder? War okay, war okay. Am Game haben Leute gesprochen, hat man den irgendwo gehört, dass man nachsprechen, damit man, damit ich das logisch anhört. Wo ist Bob, wo ist Bob? Und was tut der? Ach, wo Arbeitskennen. Wie bitte? Nix. Oh, wieder Überlebung. Sogar direkt vom Spawn. Und wie cool ist das? Ja. Oh, das ist ein wenig. Oh, Snoop. So, der Obaffi. Ich weiß nicht, was. Oh, das sieht ja schon viel besser aus. Tja, es bewegt sich unser Obdl. Ich war ohne Ulti-Ready, damit pusht die gleich weg. Och, wie süß. Och, da, da snipert jemand. Och. Dann habe ich den. Und. Upp. Let's go best. Boah, ich hab grad den Simon's voll lag. Lerx. Ja, wie schaffst du jetzt, Leute? Da kommt die Bockhaft. Bockhaft, ich kann. Go, get down, get down. Bockhaft bedeutet, ein Tock und etwas Tock. Das ist Bockhaft. Und wenn dir etwas Stimmung gibt, dann sagt man, ich mir, ja klar, okay, man sagt schon. Aber das hätte ich viel Bockhaftigkeit bekommen. Leerung dafür. Wow. Kauf ich. Können wir den Doomy mal wegmachen? Nur, für wie lange? Ein Jahr. Ja. Wer? Gibt's doch nicht. Kömere mich um die Brache. Böser Rotor. Ob. Ja, wir haben schon die Hälfte geschafft, das ist super. Bob tut schon wieder was. Ich kill einfach mal Bob nebenbei. Bob, sehr gut, Bob muss weg. Das ist halt auch so ein Bob, der ist. Wer ist schon da oben? Bob, und da kommt die wiederbelebung. Läuft nicht. Doch, ja. Ach, was. Natürlich das Gegenstück von Bockhaftigkeit wäre, wenn das nicht läuft, wie zum Beispiel die... Unbockhaft... Na, das geht nicht mehr so smooth raus, das Wort. Was dich nicht umbringt, macht dich nur sterben. Ja. Ja. Sack! Oh! Holz, geh ich von wem? Äh, Gegner, Freund? Wow, das sind dann alle meine Haufen zu halten. Boah, bitte nein. Ich bin da überhaupt nicht aufhanded. Rette dich. Hah. So? Ich hau schon ab! Energy. Hier ist der Böse, Rota, mach ihn mal! Ich krieg eine Panikattacke! Ich bin down. Ich denke also, so ist es. Aber jetzt sind wenigstens nicht so schlimm wie im Rank. Das ist schon mal ein Vorstand. Das ist... Todes. Nein, nein, Rota. Und down. Na! Rota hat Rota besiegt. Doppel. Oh, er hat's. Hammer. Hammer. Merci. Wie lange hast du Cooldown mit der Hup? Oh, verpasst. Wie lange hast du Cooldown mit der Hup? Laufen. Hast du schon gedacht, dass du schlecht merkst? Oh je! Oh je! Oh je! Oh Scandinavian Dragon. Uff! Oh. Uff! Der muss weg. Ha! Geld ist da unten. Ach! Lilly! da 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 zu hälfte Okay! Hit! Oh! 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 Hey! Oh! We're off to run again! Nice! Hammer! Ah! Heilung! Oh! 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 Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker! Die sind beide richtig! Also ich hab ein Ulti! Nur noch den Roadhog! Rage, du musst durchhalten! Ja, ich bin am Start! Ich bin am Start! Sehr gut, ich glaube! Ah! 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 Geht, du musst noch back! Nein, das... Sind so Dinger! Die sind so... Dinger weg! Ah, ne! Äffi Roadhog! Habt die Merzige... ...geholzt? Ah! Komm mit dem Doktor! Bevor die... ...Nrange-Balltür ... ...nobut kommt, hat den Doktor! Zack! Schmeckt die Goldmedaille Und er ist down Nein Autsch Dahinten ist der Scheiße Der ist direkt am Eingang, aufpassen Ich bin da Ich kann ein gegrasches Geschicksal verstanden Das Problem ist, weil ihr wahrscheinlich nicht so viel hört Ich seh grad, ihr habt ne CPOS und verpasst 40% Und ich glaub deswegen Dann hab ich auch grad solche extremen Lags Jaa, das ist echt Er hat Los wird hier Ich bin ja voll in die Oho Heilung Oh 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 ich mag auch, ich mag auch und das war die bohrer grüßel was für ein rad ey und zack richtig nice das dachte ich müsste irgendwo perfekt sauber richtig gut hab da gut also soll ich ein match verlassen machen oder ja das war eine richtig schöne runden heute auf jeden fall und jetzt verstehe ich euch wieder einwandfrei sehr schön ja das problem war einfach keine ahnung ich war auf einmal bei 30-40% ich hab da glaube ich vorher was falsch eingestellt deswegen ah ok wobei streamst du denn OBS wahrscheinlich oder? mhm ja normal wenn ich bei mir streamen hab ich meist eine auslastung von 4-5% eigentlich was ja aus was wenig ist und da hab ich gerade kurz eigentlich immer so 25-35% ich hab mir mal deine hardware angeschaut wir haben ja ungefähr die gleiche hardware ähm ich hab ein problem du kennst dich ja gut mit handy spielen auch ich ähm wollte mal roblox stream hab gemacht und die leute haben irgendwie mega bock drauf aber warum auch immer leckt das höllisch bei mir also sobald ich roblox starte ähm und dann mein OBS stream starte egal mit welchen einstellungen also hey es leckt einfach und ich meine roblox ist halt ein spiel äh das kannst du rein theoretisch mit einem Rechner von 1905 spielen wahrscheinlich ja das ist eher so ganz simple kalten genau aber sobald ich den Livestream anmache droppe ich auf 12 FPS und ich krieg auch nicht mehr egal was ich mache ich kann ingame irgendwelche Einstellungen machen ich hab schon mit den mit der Skalierung vom Bild äh gearbeitet ich hab schon die Bitrate runtergestellt also ich hab mich wirklich wie das komische Spiel quergestellt aber ich möchte einfach nicht also was ich empfehlen kann was ich jetzt hier nicht mach äh wenn du streamst nicht mit ähm x264 äh äh streamen sondern ich glaub mit NVENC war das ok da hast du sehr sehr viel weniger äh Auslastung ich hab grad einen Fehler gemacht ich bin einfach auf x264 gegangen aber dachte das passt schon ich glaub deswegen hat's ab und zu grad vorher gelaggt ja probier ich mal weil ich streame ja grad nicht von meinem PC aus mir da glaub bei meiner Freundin streamen grad das aber ich kann da mal auf jeden Fall dir mal meine Stream äh 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 Einstellungen schicken mal die Tage mhm Qualität ist auf jeden Fall nicht schlecht und halt hast kaum Auslastung mhm Fortnite plus Minecraft gleich schlecht Roblox also ich sag ja nicht dass Roblox hier ein wunderschönes Spiel ist aber ich wollt's halt einfach mal machen weil es hat viel Angst und ähm ja also ich bin auch kein Fortnite Fan man akzeptiert's genau man ich mein ich find's geil was ich respektieren muss was sie für ein Erfolg auch damit haben also was sie da also in die zwei Jahre das lief ja wahnsinn und was sie halt immer für ihre Events alles machen das ist eigentlich recht cool ich mein ich spiel's selber so gut wie kaum aber ich mein ich hate es jetzt nicht oder so ich auch nicht ich denk mir einfach okay mehr Bock drauf hat Bock drauf ich hab keinen Bock drauf und fällig ja wer will der will wer nicht der nicht ja ah gut also von meiner Seite aus bedanke ich mich auf jeden Fall für die vielen coolen Runden auf jeden Fall ja sehr viel Spaß gemacht danke euch ja ja find ich auch hat mega Bock gemacht und ich fand das natürlich auch cool dass wir uns einfach so random getroffen haben Mhm also geklappt hat und war Bockhaftig also ich mein ich schau mal die Tage bei euren Kanälen vorbei vielleicht findet man ja irgendein Projekt was man mal theoretisch angehen könnte miteinander ja das wär echt cool weil ich mach halt immer Lone Wolf Ding ich mach mein Kram halt immer alleine mhm kenn ich irgendwo her ja manchmal bin ich darüber sehr traurig oh ah gut Leute ich wünsche euch noch einen schönen Tag ich mach mich auch mal ja euch auch ums Wochenende euch ne jo und alle vom Live Stream auch natürlich noch einen schönen Tag Abend oder Mittag tschau 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 tschüss